In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aurium, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbühlen. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keine Sicht dagegen, wer nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Während Himmel die Sonne untergeht, wir gehen für die Glanz der Tarn. Mit kleinen Wangen sollen sie sich gemeinsam auf die Jahn. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für seine Hochschule. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für ein kleines Pünzchen. Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt. Zelebrieren sie die Zerstörung, Gewalt und Brutalität. Als wenn sie ihre Opfer leiden, sind sie, spüren sie Befriedigung. Es geht nichts mehr, was sie jetzt aufhält, sind wieder Gnaden und Wurden. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für seine Hochschule. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für seine Hochschule. Zwanzig gegen einen, bis das Blut zum Vollschein kommt. Ob Stöten oder Steinen, irgendwann plappt jeder Korb. Das selbste Opfer ist schon dran, wenn ihr den Liedengott noch fragt. Warum hast du nichts getan? Nicht getan? Vor Hang auf, für seine Hochschule. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für seine Hochschule. oh wo hangna wo hangna Ор-Show hey hier kommt alles wo hangna auf n'ämm container Ours-Show Hallstags Vielen Dank.